Moin meine Leute, was geht? Und heute zum letzten fünften Daily Tag hier auf Rügen. Lasst euch einfach überraschen, was wir heute noch vorhaben. Morgen ist Abreisetag, dazu sage ich euch dann noch etwas. Und damit würde ich sagen, viel Spaß beim heutigen Tag. Wir sind jetzt wieder in Binz am Strand und werden jetzt erstmal ein bisschen uns umsehen, was wir hier noch so machen können. Ein bisschen entspannen, den Tag ausklinken lassen und ich hoffe, dass ihr ein bisschen Verständnis dafür habt, dass wir jetzt den letzten Tag hier noch genießen möchten am Tag 5. Wir werden aber noch ein paar Bilder machen und ich hoffe, es gefällt euch trotzdem und wir sagen, wir sehen uns später. Jetzt gehen wir ein bisschen in Binz an der Strandpromenade vorbei und da zeige ich euch noch ein paar schöne Bilder von den Gebäuden, die hier sind am Strand. Es ist einfach nur wirklich schön. So, jetzt laufen wir noch ganz entspannt. Hier an der Promenade und dann gucken wir uns die noch ein bisschen an. Viel Spaß dabei. Gebt euch das mal. Hier ist noch was los. Winten an der Strandpromenade. Wir gehen jetzt zurück auf den Steg. Gebt euch mal diese Aussicht. So Freunde, jetzt sind wir wieder zurück von Binz. Ich habe euch auf jeden Fall eine Menge gezeigt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war auf jeden Fall der fünfte Daily Tag und damit würde ich sagen, auf Wiedersehen und reingehauen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.